So, hier hinten ist es auf jeden Fall zu dunkel. Das ist schon mal, das sieht man ja. Das sieht man definitiv. Was ich jetzt erstmal mache, ist hier mal gucken. Da setze ich einen hin. Hier setze ich einen hin. Und dann hier in die Mitte wieder. Hier setze ich noch einen hin. Und hier. Und vielleicht, warte, wie viele sind das hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay, also, drei, vier, hier ist die Mitte. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Passt genau, ist die Mitte. Siehste, so, dann hier nochmal vielleicht. Und hier. Und dann mal gucken, dann auf jeden Fall hier. Soll ja symmetrisch sein. Und dann da und da. Ach, das passt ja sogar. Ist ja praktisch. Und dann müsste es entsprechend auch nochmal hier hin und hier. Und dann eins, zwei, drei, vier, hier hin. Eins, zwei, drei, vier. Passt ja sogar. Ist ja unfassbar. Da müsste man mal gucken. Dann mache ich das, glaube ich, auch nochmal hier hin. Hier so. Ne? Ja, doch, das müsste eigentlich so gehen. Sieht, glaube ich, nicht allzu schlecht aus, so. Ist jetzt ein bisschen heller hier, aber ich glaube, da kann immer noch was spawnen. Da muss ich natürlich mal gucken. Dann muss ich hier noch ausbauen. Hier kommen noch Häuser hin und sowas alles, ne? Ein bisschen. Mir kommt das hier auf der Seite irgendwie kleiner vor oder zu klein vor am Ende. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es genauso schlimm. Eins, warte mal, hier. Eins, zwei, drei, vier. Hier. Nein. Quatsch. Eins, zwei, drei, vier. Hier. So ist richtig. Dann hatte ich es, glaube ich, da hin. Dann hatte ich es wie hin gesetzt. Warte. Ich muss nochmal hingehen und gucken. So, da hatte ich es gesetzt. Genau. Da. Dann da in die... Okay. Gut. Das kriege ich hin. Hoffe ich. Und zwar jetzt hier. Dann hier in die Mitte. Die war... Hier. Hier hatte ich es hingesetzt. Und hier hatte ich es noch hingesetzt. Ja, das ist so richtig. Genau. Und dann so. So. Und so. Und auf der anderen Seite muss ich mal gucken. Wie habe ich es da gemacht? Warte. Hier ist ja auch wieder was gespawnt. Immer diese Spinne. Hey. Spinnen. Blöde Spinnen. Ich hasse Spinnen. Äh. Ich glaube hier... Wie hatte ich es denn auf der anderen Seite jetzt gemacht? Verdammt. Ich glaube nicht so. Nein. Jetzt ist die Fackel da reingefallen. So ein Mist. So. Da unten ist Lava. Ich bin froh darüber, dass das abgesichert ist. Ich hätte gerne Gitter gehabt. Aber es gibt leider keine Gittern, die das horizontal absichern. Wieso fliegen die Fackeln alle weg? Was soll denn das? Ne. Ich glaube die war schon richtig. 1, 2, 3, 4. Hier Mitte. 1, 2, 3, 4. Da. Dann... Ich glaube so. Ich glaube hier hatte ich einen hingesetzt. Und dann da, oder? Das müsste richtig sein. Theoretisch. Und dann hier. Da. 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 Nein. Da. Und da. Und da. Und ich habe keine Fackeln mehr. Das gibt es ja gar nicht. Wie ist das möglich? Das muss ein Fehler in der Matrix sein. Okay. Mache ich mal so. Stöcker. Kohle. Acht Stück. So. Und acht Stöcker sind 32 Fackeln. Und so. Und dann hier nochmal. 1, 2, 3, 4. Passt genau. Siehst du? Alles symmetrisch. Es ist ja unfassbar. Hier spawnen zum Glück nichts. Wie kommt der da überhaupt hoch? Ach. Jetzt kommt er nicht mehr raus. Natürlich auch schön. Ich bin noch weggegangen. Die sind aber auch echt ganz schön. Also ich weiß ja nicht. So hier wollte ich noch ausbauen. Ich setze jetzt hier erstmal provisorisch Fackeln hin. Hier soll nämlich die Bank hinkommen. Also so eine Bank von wegen Geld und so. Was hier übrigens nicht symmetrisch ist, ist der Eingang. Von der Bank machen wir mal besser. So. Und ich möchte hinaus gehen, glaube ich, nach oben. Und es ist Nacht geworden. Hier bin ich aber falsch. Ich muss natürlich hier lang. Ist ja klar. Ich verpeile das jedes Mal irgendwie, wo ich langlaufen muss. Ich vergesse das immer wieder. Das verstehe ich nicht. Warum? Aber naja. Was willst du machen? Ich muss auf jeden Fall mal schlafen gehen. Ich glaube, die Schwarzreichen sind schon gewachsen. Und ich glaube, ich werde hier angegriffen. Alter. Hau ab. Blödes Skelett hier mit Lederrüstung. Die du nicht mal droppst. Echt mal. Hat eine Lederrüstung und droppt nicht mal eine. Wie sinnvoll eigentlich. Oder sinnlos eigentlich. So. Und ich muss. Jetzt habe ich hier weh gedrückt. Auch schön. Ne. Jetzt ist es weg. So. Na dann. Ich muss mal hier ganz kurz. Ich höre schon wieder. Höre ich wehen? Bin mir unsicher. Ich muss erstmal einen Schluck trinken. Ganz professionell. Während die Nachbarn brennen natürlich. Was auch schön ist. So. Jetzt kann ich weiter laufen. Hey. Guten Morgen, Mensch. Na. Ein paar Nachbarn verbrannt. Wo sind die denn? Hier sind. Da sind noch Spinnen. Da ist ein. Was ist das denn? Habe ich ja noch gar nicht gesehen. Also da ist ein Creeper. Den kenne ich. Ist das ein Ogre? Ja. Ist von Moe Creatures. Creatures. Moe Creatures. Ich weiß. Aber. Ein Ogre? Ach. Die sind halt überhaupt. Ja. Voll leicht zu besiegen. Ich dachte jetzt. Der wäre irgendwie schwer und so. Weil. Naja. Ist halt eine Ogre. Aber irgendwie ist das nicht so. Komisch. Ich muss mal diesen Baum hier abholzen. Warte mal. Warte. 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 So. La la la. Erstmal nach oben. Das ist immer ein guter Trick sich so hoch zu bauen. Ne. Wollte ich nur mal anmerken. Für die die es nicht kennen. Ne. Kann auf jeden Fall nicht schaden. So. Und dann kann man von hier oben nämlich alles ganz gut abbauen. So. Hier zum Beispiel das Holz. Und dann war da noch. Ich sehe da doch. Ist da noch. Ne. Ist hier noch irgendwo Holz? Ich sehe das hier schlecht. Glaube nicht. Ich glaube hier hängt das ganze Holz auch zusammen. Und kann nicht einfach irgendwo mitten drinnen spawnen. Im Baum. Was ja auch irgendwie komisch ist. Ich meine. Stell dir vor. Da ist so ein. Du hast so einen dicken Ast. Und der fängt. Weißt du. Du hast überall Zweige. Und plötzlich. Aus dem Zweig. Kommt ein dicker Ast. Der mitten in der Luft hängt. Das ist irgendwie unrealistisch. Ich finde ich. Ich weiß ja nicht wie ihr das seht. Hm. Naja. So. Das ist erstmal kaputt. Hier habe ich schon. Ich kann kein Schwarzeichenholz. mehr mitnehmen. Dafür habe ich einen Knochen. Hey. Drei Knochenmehl. Was schmeiße ich denn jetzt weg? Die. Das eine Spinnenauge. Davon habe ich jetzt wirklich genug. Ich weiß. Die kann man für braun und so verwenden. Was ich übrigens auch mal machen sollte vielleicht. Aber ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Da gibt es bestimmt sehr hilfreiche Sachen. Aber ich wüsste jetzt nicht wie ich die bauen soll. Ich merke mir das ja auch nicht. Ich müsste dann jedes Mal nachgucken. Und das ist auch blöd. Irgendwie. Oder nicht. Eigentlich nicht unbedingt. Hm. Naja. Könnte man auf jeden Fall einen Braustand. Habe ich ja schon. Eigentlich könnte ich wirklich mal was brauen. Ich weiß bloß nicht wo ich es einsetzen sollte. Hm. Tja. Ich meine so mit den Kämpfen habe ich ja jetzt nicht unbedingt Probleme. Außer wenn da jetzt 10 Milliarden Monster auf einmal kommen. Oder Hexen. Boah Hexen sind so scheiße. Ich hasse Hexen. Ja das muss ich einfach mal sagen. So. Verweckt doch bitte ihr Bäume. Ich hatte vorher 10. Von diesen. Was liegt denn hier? Was liegt da? Was ist das? Obsidian? Ach vom Oger oder was? Wieso liegt da Obsidian? Wieso droppen Oger Obsidian? Ist ja total abwegig. Also wirklich. Warum? Naja. So. Schwarzeichenholz brauche ich auf jeden Fall. Ich wollte es tatsächlich äh äh benutzen um eine... Ich will das nicht verraten. Ich wollte was bauen aus Schwarzeichenholz. Aber nicht ein Haus oder so. Sondern was Größeres. Und auch nicht mehr hier. Ich wollte hier mal wieder weg gehen. Ne. Ist ja jetzt hier auch schön geworden und so. Beziehungsweise noch nicht fertig. Ich werde das auf jeden Fall irgendwann nochmal weiter bauen. Da bin ich mir sicher. Aktuell aber nicht. Was wollte ich jetzt? Ich hatte Pflastersteine geholt. Weil. Ach genau. Ich weiß warum. So die Treppen hier können weg. Die Erde packe ich auch mal rein. So. Ich wollte hier das austauschen. Genau. Ich erinnere mich. Komm ich da so an? Ja komm ich. Komm ich auch so an? Nein komm ich nicht. Kann ich vielleicht so ransetzen? Ja na fast. Fast. Fast richtig. Aber immerhin jetzt ist... Ja jetzt ist richtig. So. Da liegt nochmal Holz. Immer mitnehmen ne? Wichtig. Holz kann nie schaden. So hier nochmal. Aber irgendwo war noch... Warte mal. Hier war noch und... Da war noch. Hier genau hier. Natürlich. Hier. Muss noch richtig gebaut werden. Das geht ja so nicht. Halt. Merken. Hier an die Seiten. Dinger kann ich das ransetzen. Hier muss ich springen sonst... Wo ist das Ding hingefallen? Wo ist jetzt das Holz hin? Das war doch eben gerade da oben. Ich frage gar nicht wo... Ach da ist es. Ja natürlich. Da ist es rauf gefallen. Ist ja logisch. Hat man ja gesehen. Okay. Ich glaube so wichtig ist das nicht. Hole ich das jetzt wirklich? Ne. Ich habe sogar Erde um mich. Gut. Ich hole mal das Holz hier. Ist jetzt nicht sonderlich wichtig. Aber wenn man es holen kann. Kann man es halt holen. Was für eine Aussage. Ja. Keine Ahnung. Hier habe ich jetzt... Oh. Ich habe tatsächlich mehr schwarzen... Schwarze... Äh. Ne. Obwohl man immer vier braucht. Und doch recht wenig Blätter da sind. Ich glaube die Blätter droppen einfach... Öfter Setzlinge. Kann das sein? Oh. Die Sonne ist so hell. Da ist nochmal... Okay. Was ich hier machen müsste eigentlich... Ist ja ein... Portal zu bauen. Habe ich hier überhaupt eine Diamantspitzhacke? Ich glaube nicht. Kommt auch gar nicht an hier. Ich glaube da oben liegt noch... Da liegt noch ein Setzling. Der wird schon irgendwann runterkommen. Hier ein Portal bauen. Wäre schon nicht schlecht. Würde ich sagen. Dich hol mir hier mal runter. So. Na. Also so ein... Höllenportal. Dass ich hier schneller nach Hause reisen kann. Ich weiß bloß nicht wo ich es hinbauen soll. Ich müsste ja wenn. Dann ins dunkle Viertel. Von äh... Diesen... Von diesem Ort hier. Die Frage ist nur. Wo mache ich hier ein düsteres Viertel hin? Oder sowas. Keine Ahnung. Jetzt... Geh doch mal... Jetzt fällt er einfach von selbst runter. Oder was? Ne. Hä? Was bleibt da oben drauf? Also das ist ganz komisch. Vor allem steht er nicht mal richtig drauf. Und trotzdem... Jetzt reicht es mir hier. Ist mir zu blöd. Hier so. Na also. Geht doch. Hier oben müsste ich übrigens... Äh... Äh... Die Tannen anpflanzen. Also Fichten. Nicht Tannen. Und das hier... Mach ich mal weg. Sieht komisch aus irgendwie. So mittendrin so ein Dings zu haben. Toll. Jetzt ist da ein Schneeball. Ich kann nicht mal mehr die Erde mitnehmen. Na wunderbar. Egal. Ach hier mitten auf dem Weg nicht. Warte. Der Weg sollte hier irgendwie lang gehen. Dann mach ich den mal einen nach da. Oder vielleicht so. Ich glaub der Weg müsste auch hier so rum gehen. Dann mach ich mal so hier. Irgendwie. Und wo führt der Weg dann hin? Hier rüber würde ich sagen. Na ja doch. Könnte man machen. Hier wird vielleicht was wachsen. Ich bin mir da unsicher. Hier muss auf jeden Fall überall Fichtenwald gepflanzt werden. Weil das einfach schön aussieht. Hier auf dem Berg drauf. Ich mag das. Vor allem mit dem Schnee und so. Und hier hinten in die Richtung kann ich gar nicht so weit weiter bauen. Weil da hinten irgendwie wieder der Minecraft God aka Weltgenerator die neue Welt generiert hat. Und da wieder so ein Brotmesserschnitt durch den Berg ist. Und na ja. Das sieht ja nicht so toll aus. Ich glaub es wird schon wieder dunkel. Kann das sein? Nee. Ich werd jetzt hier auf jeden Fall mal die Erde abtragen. Und vielleicht mal gucken, dass ich hier nochmal die Erde mitnehme. Warte. Ja doch. Wobei ich eigentlich genug Erde habe. Ich muss jetzt keine mitnehmen. So dringend. Außer ich will mal irgendwo einen Berg bauen. Aber selbst das hab ich ja schon gemacht. Oder Terraforming oder sowas. Man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Hier unten in den Keller wollte ich eigentlich auch noch Fenster reinbauen. Ach man. Noch so viel zu tun. Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Mano. Ich hasse das. Man hat so viel zu tun in Minecraft. Man weiß echt nicht, was man als nächstes machen soll. Und immer wenn man irgendwas anfängt, kann man auch noch was anderes machen. Es gibt immer so viel. Und das ist eigentlich schlimm. Da kann man fast gar nicht aufhören mit Spielen. Oh man. Nein. Das ist manchmal wirklich ein bisschen blöd. Was ich jetzt machen wollte, war tatsächlich ein Höllenportal bauen. Ich weiß aber nicht, ob ich hier Obsidian... Also ich hab einen Obsidian vom Dings bekommen hier. Von dem Typen da. Jetzt hab ich hier einen Schwarzpulver mit. Kann ich hier nicht irgendwas reinlegen? Vielleicht. Weiß ich nicht. Hier das Weizen würde ich gerne mitnehmen. Und stattdessen die Erde mal reinlegen. Die verrottete Fleischdinger wollte ich auch mal so. Die Erde mit... Ne. Quatsch. Die Erde hier mal rein. Warte mal. Das kann man auch so machen. Jetzt hab ich acht Stück da. Na toll. Äh. Knochenmehl kann man hier vielleicht reinpacken. So. Samen kann ich eigentlich wegwerfen. Ich glaub ich werd mal ein paar Steine tatsächlich mitnehmen. Denn hier hab ich noch so viele. Und zu Hause hab ich so wenige. So. Es wird auch gleich dunkel. Eigentlich ideal. Dann kann ich gleich schlafen gehen. Hab ich noch Mauer mit? Warte mal. Ich mach mal hier ganz kurz. Ne. Hier mach ich erstmal so. So. Halt. Und. So. So. Ja. Das muss so reichen. Hoffentlich. Sollte es eigentlich. Hier unten mach ich mal zu. Da ist noch ein Fehler in der Matrix. So. Hier. So. Genau. Und. Na toll. Also hier geht es sehr steil nach oben. Wie man sieht. Vielleicht. Sieht man das. Wahrscheinlich sieht man das. Ja. Wow. So. Okay. Und es wird leicht äh. Dunkel hier. Wow. Boah. Ist das dunkel auf einmal. Da muss ich erstmal hier eine Fackel hinstellen. Und hier müsste ich eigentlich sogar noch einen drauf. aufbauen. Sonst ist das auch blöd. Oder ne. Doch. Müsste ich eigentlich. Oder mal gucken. Vielleicht setze ich da einfach Zäune drauf. Kann man zwar eigentlich runterfallen. Aber es sieht so besser aus. Finde ich. Ja. Und wenn jemand so blöd ist und da runterfällt. Na gut. So tief geht es eh nicht runter. Ne. So. Warte mal. Was ist das denn hier? Das geht hier so weit rüber. Da muss ich auch nochmal gucken. Wie ich das mache. Das müsste ich eigentlich dann auch abstützen. So. Auf jeden Fall muss ich hier nochmal zubauen. Dass man hier nicht runterfallen kann. Weil das wäre irgendwie blöd. Ne. Kann man sich vorstellen vielleicht. Dass das nicht so geil wäre hier so runterzufallen. Es gibt schöneres. Sagen wir es mal so. Es gibt schöneres. Definitiv. Huch. Da habe ich. Doch. Ich habe noch Steine. Da habe ich noch Steine. So. Hier müsste ich eigentlich auch nochmal. Ne. Das muss noch einen höher. Ein bisschen ausgebaut werden. Hier. Für alles. So. Ne. Halt. Hier müssten eigentlich auch diese Stufen hin. Diese umgekehrten. Also die umgekehrten Treppen natürlich. Und hier müsste mal jemand Licht anbringen. Und vielleicht. Vielleicht nochmal so bauen. Und dann hier nochmal weg. So. Ja. So ist besser. So ist ein wenig besser. Das sieht schon deutlich besser aus. So. Lalala. So. Ne. Da sollten da nicht. Ach ne. Hier ist richtig. Genau. Umgekehrte Stufen sollen ja erst woanders hin. Warte mal. Dann muss ich aber hier nochmal so zubauen. Sonst sieht das auch blöd aus. Und hier vielleicht nochmal so. Huch. Ne. Hier ist Stein. Warte. Hier mache ich mal so. So. Genau. Und hier muss glaube ich Erde hin. Kann das sein. Und Licht müsste hier auch hin. Das kann auch sein. So. Vielleicht. Und hier vielleicht. Ja. Das könnte durchaus so akzeptabel sein. Würde ich sagen. Hier nochmal hin. Und da nochmal hin. Und hier vielleicht. So. Und da. Müsste reichen. Und hier drin nochmal. Und da. Und hier umgekehrte Treppen. Die ich natürlich nicht dabei habe. Was total ungünstig ist. In dem Falle. Ich mag die Nacht irgendwie. Die sieht richtig gut aus hier. Das muss man ja auch sagen. Da kann ich mich nicht beschweren. Sind hier noch Setzlinge zufällig. Ist jetzt natürlich schlau bei Nacht danach zu suchen. Ich glaube die sind eh schon despawned. Und ja. Okay. Das ist eh nichts mehr. Gut. Ja. Kann passieren. So. Ich wollte hier ins Gasthaus gehen. Und dort mal zur Werkbank erstmal. Die hier natürlich sehr praktisch. Äh äh versteckt ist. Ich wollte genau. Hier Brote backen. An der Werkbank. Aber zumindest in der Küche passt ja einigermaßen. So ist natürlich nicht durchreiferteilbar. Bleibt natürlich ein Weizen übrig. Ist ja immer so irgendwie. Habe ich eigentlich das Feld ange... Doch habe ich ne. Ich hoffe ich habe... Das Feld angepflanzt. Boah ich bin froh dass die Creeper nicht explodieren können. Die spawnen hier überall. Du kannst einfach nicht alles ausleuchten auf Dauer. Das geht doch nicht. Wie sollst du das denn machen? Beziehungsweise... Wo ist der hier gespawnt? Hier unten irgendwo oder was? Ne ist der überall hell. Hä? Hier ist doch überall hell. Wo soll denn hier der Creeper gespawnt sein? Oder ist der reingelaufen? Anders kann ich mir das auch gerade nicht erklären. Ich schlafe mal hier. Zur Abwechslung mal in einem anderen Bett schlafen. Ne? Kennt man ja... Äh... Äh... Von... Äh... Von untreuen Partnern. Hehehe. Nein. Ähm... Was? Keine Ahnung. Ich kenne das nicht. Ich bin da nicht so... Der Typ, der viel mit, äh... Äh... Mit, äh... Weiblichen... Individuen, äh... Abhängt. Äh... Oder... Abhängt ist vielleicht das falsche Wort. Wenn... Die... Naja. So, äh... Äh... Hier. Springe ich mal über die Bar? Ne? Wie im echten Leben? Nein. Äh... Ich wollte Treppchen machen. Müsste so reichen. Den einen nehme ich mal raus. So. Zwölf Stück müssten eigentlich genug sein. Komm, ich nehme mal hier, ne? Den richtigen Weg. So. Dann, ne? Wollen wir mal... Hm. Wo ist denn hier? Wo wollte ich denn jetzt die Treppen... Ach so. Genau. Hier wollte ich die Treppen hinbauen. Hier auch umgekehrt da dran. So, so. Stößt man sich zwar immer noch... Ne, man stößt sich glaube ich nicht den Kopf. Ich bin mir da unsicher. Und hier auch nochmal weg. Und hier... So hin. Alter. Diese Creeper... Wow. Dass die echt überall sind... Ich bin so froh, dass ich den World Damage ausgemacht habe. Also, dass die praktisch keinen Schaden mehr an der Welt machen. Da bin ich echt froh drüber. Weil das nämlich auf Dauer ein wenig... Na ja. Das ist doch ein bisschen übertrieben vielleicht. Oder nicht? Hier ist noch nicht fertig, aber ich habe angepflanzt. Gut. Gut. Gut.